Robert Leimer von der SPÖ, ein Abgeordneter aus St. Pölten. Dann ist die Debatte, Privatisierungsverbot vom Trinkwasser beendet. Frau Präsidentin, Herr Vizekanzler, Frau Ministerin, meine Damen und Herren, Wasser ist Leben und Österreich ist wasserreich. Ein unschätzbares Privileg im Weltvergleich haben wir doch mehr als zwei Milliarden Menschen, die keinen dauerhaften Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Obwohl unser Planet mit zwei Drittel Wasser bedeckt ist, sind nur knapp 0,3 Prozent davon trinkbar. Seriöse Prognosen sprechen davon, dass im Jahr 2050 die Hälfte der Weltbevölkerung vom Mangel an sauberem Trinkwasser betroffen ist. Der Klimawandel wird die ohnehin schon fatale Situation noch massiv verschärfen. Und da gibt es noch immer Politiker in unserem Land und die kommen nicht nur aus der FPÖ, die Wasser privatisieren und mit unserer Lebensgrundlage de facto spekulieren wollen. Meine Damen und Herren, hier werden rote Linien überschritten und daher ist die rot-weiß-rote Wasserversorgung in Topqualität höchst schützenswert und somit in den Verfassungsrang zu heben. Österreich kann seinen Wasserbedarf zu 100 Prozent mit Grund- und Quellwasser decken. Und das muss auch so bleiben. Unsere Heimat ist von einer Landschaft mit Bächen, Flüssen und Seen geprägt. Und wir haben stolze 100.000 Kilometer Fließgewässer. Und 95 Prozent unserer Badegewässer haben exzellente Qualität. Unter anderem ein wesentlicher Grund neben den Bergen für den Sommertourismus in Österreich. Unser Wasser darf niemals zum Spekulationsobjekt werden. Die Erfahrungen aus der Ära Thatcher in Großbritannien sowie in Paris und Berlin müssen Warnung für uns alle sein. Wasser ist kein Deal-Objekt. Wasser ist ein Menschenrecht. Die Wasserversorgung und die Wasserentsorgung muss in öffentlicher Hand bleiben. Das darf und wird auch kein Freihandelsabkommen zerstören können. Nicht mit Österreich. Dafür verbirgt sich die Sozialdemokratie. Auch die leidlichen Ausnahmen von den Ausnahmen in Bezug auf Nitrate und Pestizide sind einzustellen und das Totalverbot von Glyphosat herzustellen, um unsere Lebensgrundlagen zu sichern. Meine Damen und Herren, in einem sauberen Land zu leben, ist doch wirklich für alle ein erstrebenswertes politisches Ziel und muss vor allem eine politische Verantwortung jeglicher Couleur sein. Österreich hat schlicht und ergreifend Vorbild zu sein, reich an Natur und Ressourcen. Wie schon in unserer Bundeshymne besungen, haben wir unsere Schätze zu hüten und nicht für Geschäftemacher zu heben. Strenge Bewirtschaftungsauflagen und eine transparente landesweite Erfassung der Dünger- und Pestizidaufzeichnungen leisten einen wesentlichen Beitrag zur österreichischen Wasserqualität. Aber auch Arzneimittelrückstände sind eine latente Gefahr für unser Trinkwasser. Ich gehe davon aus, dass wir uns heute zum Schutz unseres Trinkwassers, auf eine einstimmige nationale Kraftanstrengung, auf ein Staatsziel höchster Priorität verständigen können, zum Wohl unserer Menschen in unserem Land. Wasser schätzen, Wasser schützen und Wasser keinem kommerziellen Zweck opfern. Das Element Wasser als Zukunftsfaktor für die Menschen respektieren, muss heute der gemeinsame rot-weiß-rote Nenner sein. Schützen wir unser weißes Gold. Danke. Applaus Applaus Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020